Die Designer-Software von Shure wurde für Integratoren und Planer konzipiert, um die entsprechende Shure-Hardware für eine präzise Audioabdeckung bei Installationen zu planen und einzusetzen. Momentan unterstützt die Designer-Software die MX-A910-Decken-Mikrofon-Arrays. Audioeinstellungen von Meetingräumen können virtuell im Designer erstellt werden, ohne tatsächlich vor Ort zu sein. Die Planung kann über ein importiertes Bild, einen Grundriss oder von Grund auf neu mit einer leeren Vorlage erfolgen. Bei der Planung kann jedes kritische Detail berücksichtigt werden, um eine optimale Abdeckung der gesamten Bestuhlung oder wichtiger Bezugspunkte wie Podien oder Präsentationsbereiche zu gewährleisten. Entsprechend der tatsächlichen Umgebung können Bilder des Meetingraums maßstabsgetreu dargestellt und Raum- und Systemspezifikationen eingestellt werden. Um eine Raumplanung mit Designer zu erstellen, müssen sie mit keiner Hardware verbunden sein. Die Hardware wird als Platzhalter in den Plan eingefügt und dann an richtiger Stelle platziert. Wenn die Zeit drängt oder der Raum einfach noch nicht fertiggestellt ist, kann virtuell am Projekt gearbeitet werden, unabhängig von Zeitpunkt und Ort. Um größere oder komplexere Meetingräume abzubilden, können dem Layout einfach weitere Mikrofone hinzugefügt werden. Designer hilft Ihnen, ein einzelnes System durch mehrere unabhängig konfigurierte Mikrofone zu kreieren. Sie konzentrieren sich auf die Audioabdeckung und können somit optimal auf die Anforderungen der Teilnehmer eingehen. Designer ist ein perfektes Instrument für Organisationen, deren Meetingräume über verschiedene Stockwerke, Gebäude oder sogar verschiedene Hochschulgelände verteilt sind. Mithilfe der Designer-Software können Integratoren verschiedene Locations und Devices mit nur einem Tool vorbereiten. Verwenden Sie Vorlagen für eine einheitliche Raumplanung innerhalb Ihrer Organisation. Dies erleichtert die Überwachung und Fehlerbehebung. Oder verwenden Sie eine bestehende Vorlage als Grundlage für ein neues Projekt. Wenn Sie und Ihr Team sich auf einen Entwurf geeinigt haben, wird die Location oder das gesamte Projekt von Designer exportiert. Exportierte Entwürfe werden als individuelle Vorlagen abgespeichert und können auf jedes Mikrofon vor Ort übertragen werden. Für optimale Ergebnisse nutzen Sie die Kontrollsoftware, um Vorlagen zu importieren, einen Soundcheck im Raum durchzuführen oder um die Audioabdeckung abzustimmen. Momentan funktioniert Designer mit dem MX-A910-Deckenmikrofon-Array, wird zukünftig aber um weitere Schurprodukte erweitert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.schur.de.